Hallo, ich habe wieder ein Buch gelesen, und zwar Sophie Oxanen, Putins Krieg gegen die Frauen bei Kiepenheuer und Witsch. Sophie Oxanen ist ja eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen. Ich glaube, ich habe in der Reihe hier auch schon ihren letzten Roman Hundepark besprochen. Sie ist eine finnisch-estnische Schriftstellerin und hat sich in ihren Romanen bisher viel mit postsovietischen Gesellschaften beschäftigt. Hundepark zum Beispiel spielt in der Ukraine und beschäftigt sich mit der Reproduktionsindustrie dort und vor allen Dingen auch mit den Lebensbedingungen in der Ostukraine, die jetzt von Russland besetzt wurde. Jetzt hat sie so eine Art politischen Essay geschrieben, auch wenn er ziemlich lang ist, 300 Seiten, aber sehr detailliert recherchiert. Ja, ihre Hauptthese ist, dass der Westen den Charakter des russischen Imperialismus völlig falsch einschätzt. Und zwar deshalb, weil er nicht versteht, dass es sich bei Russland eigentlich um eine Kolonialmacht handelt. Und zwar schon auch seit dem 19. Jahrhundert. Also genauso wie die westeuropäischen Länder Afrika und Amerika kolonialisiert haben, hat Russland Länder in Osteuropa und in Asien kolonialisiert, die Krim, Sibirien und so weiter. Und ebenso wie der Westen die indigenen Bevölkerungen unterdrückt hat, hat das eben auch Russland getan mit den kolonialisierten Gebieten. Nur, dass eben die russischen Kolonien im Unterschied zu den westeuropäischen nicht dekolonialisiert wurden im 20. Jahrhundert, sondern unter dem Konstrukt der Sowjetunion, also sozialistischer Bruderstaaten, sozusagen weiter bestanden haben und die Ausbeutung der Bevölkerung in die Unterdrückung ihrer Kulturen, ihrer Sprachen und ihre politische Unterdrückung und die Ausbeutung der Bodenschätze und so weiter wurde legitimiert durch diese Erzählung, dass sie doch alle einen internationalen Sozialismus aufbauen wollen, wo man sich eben gegenseitig hilft. Nur, dass die gegenseitige Hilfe eben immer Richtung Moskau geschlossen ist. Ja, und dieses Defizit im Westen führt eben dazu, dass man auch viele Narrative völlig falsch versteht. Wenn Putin zum Beispiel sagt, dass er in der Ukraine den Faschismus bekämpft, dann muss man verstehen, wofür Faschismus in der russischen Tradition überhaupt steht. Und zwar ist es keine rein semantische Angelegenheit, dass in Russland der Zweite Weltkrieg als großer Vaterländischer Krieg bezeichnet wird, denn das Verbrechen der Deutschen, also das Faschismus war in russischer Logik nicht der Holocaust, die Vernichtung der Juden, ein totalitäres Regime, sondern dass Deutschland die Sowjetunion angegriffen hat. Und von daher ist Faschismus alles, was russische Interessen widerspricht und auch schon die Betonung einer kulturellen Eigenständigkeit, also des sich nicht russifizieren lassens, wird schon als Faschismus verstanden. Und wenn eben deswegen, wenn jetzt gesagt wird, die Ukraine sei faschistisch und man würde den Faschismus dort bekämpfen, dann bedeutet das nicht, dass man sich gegen Rechtsradikalismus oder Neonazis in der Ukraine zur Wehr setzt, die es da gibt, wie es die in allen anderen Ländern ja auch gibt, sondern es bedeutet, dass die Ukraine den russischen Interessen entgegenstrebt und deshalb faschistisch ist. Die Vergewaltigungen und der Frauenhass, ja, der Krieg gegen die Frauen, der kommt da ins Spiel, wo jetzt seit den Nullerjahren ungefähr dieser russische Kolonialismus ein anderes Narrativ bekommen hat als zu Sowjetzeiten. Und zwar hat der Verweis auf den Sozialismus in Sowjetzeiten bewirkt, dass vom Ausland her Unterstützung kam für diese gemeinsame Sache, weil es eben nicht darum ging, dass Russland Kolonien hat und imperialistische Ansprüche, sondern weil man ja den Sozialismus repräsentiert. Und das ist heute abgelöst worden durch diese Erzählung, dass Russland dafür sorgt, dass die traditionelle Geschlechterordnung wiederhergestellt wird und dieses Chaos von geschlechtlicher Uneindeutigkeit usw. wieder zurückgeführt wird zu traditionellen Werten. Und das ist eben heute die Erzählung, mit der Russland Verbündete findet, im Westen, bei den rechtsradikalen Parteien, bei den fundamentalistischen Netzwerken, bei der orthodoxen Kirche usw. Das heißt, auch bei der katholischen Kirche. Das heißt, diese Erzählung wurde ausgetauscht und die Frauenfeindlichkeit oder die LGBTQ-Feindlichkeit, Queerfeindlichkeit ist an die Stelle des Sozialismus getreten als das internationale Narrativ, mit dem eben die imperialistischen Bestrebungen legitimiert werden können und wo man Verbündete findet im Westen. Ja, das ist so ungefähr die These von Sophie Oxanen in dem Buch, die sie auch mit vielen Sachen belegt, auch aus ihrer eigenen Geschichte. Sie kennt die Sowjetunion als Kind, weil ihre Großmutter lebte in Estland, das ja in der Sowjetunion russisch besetzt war. Und deshalb interessiert sie sich auch persönlich dafür und hat auch eine persönliche Lebensgeschichte damit. Und es ist ein sehr eindrückliches Buch und ein sehr eindrücklicher Appell, eben auch an gerade linke westliche Bewegungen, ihre postkolonialen Parameter etwas auszuweiten und unter Kolonialismus eben nicht nur den westeuropäischen oder den von Westeuropa ausgehenden Kolonialismus zu verstehen, sondern eben zu sehen, dass es auch andere Imperien gab und dass auch Russland eben ein kolonialistischer Staat ist. Also eine sehr interessante, finde ich, Lektüre, Sophie Oxanen, Putins Krieg gegen die Frauen.